Happy birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dot Gamble. Ich spiele heute mal wieder Mesh Arena und zwar Wettbewerb. Also viel Spaß. Die erste Wunde fängt an. Fünf gegen fünf. Let's go. Okay, durchgerannt. Nee, nicht down. Schade. Inputting fire. Hey, noch kein Kill. Nee, noch nicht. Okay, jetzt aber. Hat aber lang gedauert. Der war hartnäckig. Ja, okay, wir die Gang gewinnen. Das ist gut. Okay, erste Wunde gewonnen. Da hing ich aber gerade ganz schön fest, ja. Und der hat viel ausgehalten. Meine Güte. Wie oft hatte ich auf den Geschossen? Dreimal? Viermal? Ja. Da hat jemand auf mich geschossen. Tja, der hat auf mich geschossen. Jetzt weiß ich's. Zu spät. Das ist gut. Ich hab mal hier ein bisschen aufgeräumt. Ah. So, ein Mist. Renn in der Einrichtung weg. Nein. Noch zwei gekillt. Okay. Okay. Kommt das mal jetzt der hier dran. Hm. Hm. Hmm... Neh, 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 neh Sind wir hier? Sind wir hier? Sind wir hier? Sind wir nicht gleich stark, würde ich sagen, unsere Gruppen? Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt gewinnen wir wieder. Jawohl! Ein Kill! Das ist gut! Gewonnen! Wir erst mal nur gewonnen. Ich war grad nicht so gut, glaube ich. Wollen wir mal schauen. Bei Earthy hat da Javid Rocket nicht so viel Schaden gemacht. Was war los? Doch, Zweiter. Okay. Gut. Dann sag ich mal bis gleich. Zweite Runde. Viel Spaß. Okay, okay, okay. Die zweite Runde geht los. Ich hoffe mal... Naja, warum soll ich hoffen? War schon eine gute Runde davor gewesen. Ich ging zwar ziemlich lange fest mit dem 1MD, weil er einfach nicht sterben wollte, aber war eine gute Runde. Jetzt Brady. Nu bin ich auf dem, was ich schon noch du nie, ist nicht so. Das heißt nicht so gut. Nee, das Ei kommt in! Nein, woher hat das Geld zu tun. Was ist dasamaz? Ach nee. Haha. Nein, das war alles falsch. Ich wollte doch den anderen da anvisieren. Okay, ich denke die Runde wird kurz leicht. Haha, ihr habt mich nicht gekriegt. Das ist ein kleines Fangspiel hier. Oh, Mist. Die FDR-Racketing ging auf den Gaun. Hold down. Ah. No, ich kann es. Oh. 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 schon am nächsten wieder da weg ist er okay ich dachte er will rüber schießen aber er schießt genau drauf dann noch so viel da würde ich sagen das heißt sie eine an wir sind da ganz oben der red dog dann würde ich mal sagen das war es für heute zwei schnell runden war ziemlich schnell aber das reicht auch ich kann auch keinen wettbewerb mehr machen weil halt meine ganzen punkte weg sind gut das einmal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du nächstes mal dabei bist da wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen ein 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 ein